Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 30.300 US-Dollar und was war das für ein Tag gestern? Volatilität bis zum Ende. Erst komplett Bullish, dann ein beschissener Close und es ging deutlich nach unten. Die 30.000 US-Dollar-Marke gerade wieder so gehalten. Was uns heute vor der Tür steht, ob wir möglicherweise schon wieder einen Long-Trade geplant haben, beziehungsweise einer läuft ja immer noch, werde ich jetzt auf jeden Fall im Video ankündigen. Wir werden jetzt auch schauen, wo wir den nächsten Long-Entry möglicherweise platzieren können, wie es jetzt weitergeht am heutigen Tag und einen wichtigen Blick auf die News, weil heute steht auch wieder ein wichtiger Newstag an. Gestern, die Zahlen waren extrem Bullish, also Bullish für die Fed wiederum. Generell auch Bullish so für die ganze Wirtschaft in den USA, die läuft, da läuft alles wirklich gut. Deswegen heute auch nochmal ein wichtiger, wichtiger Tag, was da heute los ist. Bevor wir wieder starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat, gerne auch einen Kommentar mit euren Altcoin-Wünschen unten reinschreiben, damit ich weiß, bis Wochenende, welche Altcoins ich angucken soll für ein mögliches Altcoin-Update-Video. Und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Talk und Signalgruppen reinschauen. Gestern gab es nicht wirklich viel, ich habe mich nicht in den Short reingetraut, werde ich gleich nochmal was dazu sagen. Ansonsten kommt da gerne rein. Link ist unten in der Videobeschreibung, natürlich wie immer alles for free. Und auf dem Zweitkanal, wie gesagt, sind die Highlights hochgeladen vom Livestream. Ihr seht hier schon, Trias 100% Gewinn, schon mal als kleiner Tipp, war ein Low-Cap, den wir da investiert haben, 100% raus. Das heißt, hier laufen auch nur noch Gewinne jetzt mittlerweile. Gut, und damit würde ich sagen, vernehmen wir jetzt auch nicht zu viel Zeit. Gehen wir rein in die Analyse. 30.250, derzeit traden wir momentan. Wir hatten gestern echt einen volatilen Tag. Wir schauen uns das Ganze mal auf dem 1-Stunden-Chart an. Ja, es ging hoch in der Spitze bis auf 31.500 US-Dollar. Daraufhin, also zuvor, sehr, sehr viel Handelsvolumen auf jeden Fall. Deswegen habe ich mich nicht in den Short reingetraut. Die nächste Stunden-Candle dann nochmal ein höheres Hoch, aber drunter geschlossen. Wir haben also die Marke hier oben von 31.300 US-Dollar. Diese sehr, sehr wichtige Marke, die wir ja die letzten Tage immer wieder durchsprochen haben, wieder nicht knacken können. Auch nicht mit einem 4-Stunden-Close. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und daraufhin geht es ordentlich nach ab. Und in der Spitze waren wir bei 29.800 US-Dollar. Wurden dann rasch wieder aufgekauft. Und heute Morgen dann, oder heute Nacht, je nachdem wie man es sagen, ja, heute Nacht dann eher, ging es dann nochmal runter bis auf 29.700 US-Dollar. Das ist aber immer noch nicht das Ziel, was ich eigentlich sehen möchte. Für nochmal eine neue Long-Position war eigentlich der Plan, okay, hier unten die Marke 26.550, um kurz vor dem Week nochmal Long zu gehen und dann nochmal eine Order hier unten in den Bereich der 29K zu legen. Kann noch kommen. Warum? Weil wir noch keine Bullish Divergence einerseits auf dem 1-Stunden-Chart haben. Sehen wir hier ganz gut. Wurde wieder sehr stark aufgekauft mit sehr, sehr viel Volumen. Also kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, sollten wir über diesen Bereich hier oben über die Marke von 30.460 US-Dollar nicht rüberkommen, sondern einfach wieder nur diese Liquiditätszone antesten, so wie wir es jetzt gerade anscheinend machen, dass wir dann nochmal runterkommen und dadurch eine Bullish Divergence und dann möglicherweise auch diese Order abholen und dann zumindest einen Reversal Richtung 31K. Und 31K, auch sehr, sehr interessante Zone, da lag gestern unser Golden Pocket. Das war einerseits der Grund, warum ich gesagt habe, wir gehen hier nicht in einen Short, weil wir einfach bodenlos da durchgebrochen sind mit einer Volumen-Candle. Da hat sich einfach ein Short nicht gelohnt. Und wenn wir jetzt einfach hier mal das FIP-Level ziehen, sehen wir auch wieder, okay, Golden Pocket liegt fast genauso da, also 50 Dollar Unterschied genau da, wo es gestern lag. Also es hat sich, wenn wir jetzt einfach mal so technisch anschauen, nichts geändert im Gegensatz zu gestern, nur, dass nach oben hin ein Haufen Shorts liquidiert wurden und unten hin wieder ein Haufen Longs liquidiert wurden. Gleiches Spiel, wie die letzten Tage, seit wir hier in dieser Range sind, nach der BlackRock-Äußerung, dass Bitcoin auch ein Asset, generell ein Asset ist, auch gegen Inflation und gegen Fiat-Geld und so, war das wahrscheinlich dann der Move, der jetzt hier wieder alle liquidiert hat. Jetzt ging es wieder nach unten, alle Longs wieder liquidiert und jetzt kann das ganze Spiel von vorne beginnen. Wenn wir uns das Ganze auf einen 4-Stunden-Timefilm angucken, sieht es natürlich dann auch nicht mehr so geil aus. Natürlich, wir hatten einen schönen 1-Stunden-Close, aber nicht über dieser Marke von 31.300 US-Dollar halten können. Aber die 4-Stunden-Candle sah dann richtig ugly aus. Und das war eigentlich so dieser Hauptding, wo wir hätten drüber kommen müssen. Also wir hätten mindestens mit dem 4-Stunden-Close über 31K, wenn nicht sogar über 31.300 US-Dollar drüber kommen müssen. Haben wir nicht. Wir haben jetzt einen enormen Wig hinterlassen, mit sehr, sehr viel Volumen. Das heißt, hier oben wird eine Menge Short-Liquidität liegen und ich bleibe auch irgendwie immer noch dabei, bevor wir eine größere Korrektur sehen in Richtung, ich sage jetzt mal 27, von mir aus auch 25K, gehen wir erst nochmal Richtung 32.400. Ich glaube irgendwie, das wird so der nächste Move sein. Wir haben ein bullisches Umfeld derzeit. Natürlich, jeder schreit Korrektur. Aber wenn wir uns das zum Beispiel in RSI mal angucken, wir sind beim RSI gestern schon wieder oder heute Morgen bei 33 gewesen und das in einer wochenlangen, ja doch, man kann wochenlangen Seitwärtsphase sagen, hat sich der RSI abgekühlt. Also das heißt, die Indikatoren können sich auch durch so eine Seitwärtsphase abkühlen. Deswegen gehe ich momentan eher davon aus, wir kriegen unser letztes Lag-Up nochmal nach oben, kriegen diesen Push und dann erst die Korrektur, um wirklich dann jeden nochmal zu racken. Das ist momentan so eher das Ding. Diese Candle hier oben wird früher oder später nochmal gefüllt. War ein bearischer Candle-Close. Deswegen dann auch der Abverkauf. Und wie gesagt, mir fehlt hier jetzt einfach noch für eine neue Long-Position einfach nochmal dieser doppelte Boden mit Bullish Divergence. Das fehlt mir derzeit noch. Und ich habe am Anfang des Videos schon gesagt, wir kriegen sehr, sehr viele News heute noch. Ja, da kommt schon noch einiges. Also wir haben die durchschnittlichen Stundenlöhne, die sehr, sehr interessant werden, auch im Hinblick auf eben die Zinspolitik der FED. Pole hat, oder in FOMC-Meeting stand ja auch drin, ja, die Inflation ist immer noch zu hoch, bla, bla, bla. Und wenn die durchschnittlichen Stundenlöhne natürlich weiterhin steigen, ist das natürlich auch wieder so ein Puffer. Ah, okay, Inflation könnte noch ein bisschen höher gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann, ja, was haben wir noch? Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, die gestern schon, also die Zahlen, die da rausgekommen sind, das Stellenangebot, war ja fast doppelt so hoch wie prognostiziert. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft hier auch die Zahlen, also Prognose, wir können mal ganz kurz das anklicken, damit ihr das einfach mal seht. Prognose liegt hier bei 225k. Ich glaube, die wird einfach komplett durch die Decke gehen, was dann wiederum grundsätzlich Bullish ist, ja, für die FED, dass die Zinsen weiter erhöht werden können, aber davon gehen wir mittlerweile eh aus. Wie die Märkte da reagieren, das wird ein bisschen interessanter sein, denn wir haben gestern schon beim DAX einen Megaabverkauf gesehen, wir haben beim S&P 500 auch schon den ersten leichten Abverkauf gesehen und beim Dow Jones ging es auch ordentlich nach unten. Das war aber auch so unser Zielbereich, den wir eigentlich so kommuniziert haben im Wochenausblick. Schauen wir mal, wie die Märkte da heute reagieren. Also wir hatten schon eine heftige Korrektur und wie gesagt, Bitcoin war da halt nicht. Alleine auch Bitcoin mit eben diesem Pump & Dump, was hier momentan läuft. Schön für Trader im Endeffekt, wenn man die Moves mitnehmen kann. Ich habe mich, wie gesagt, gestern nicht in diesen Short reingetraut, weil einfach da zu viel Schwung dann reinkam. Ein Stunden Close war mir zu bullish. Also nach der ersten Stunde, die zweite Stunde dann wieder, ja, so naja, also das war einfach nichts für mich. Da bleibe ich lieber auf dem Long-Chart erst einmal drauf. Gehen wir noch rüber mal ganz kurz zum Daily-Chart. Ne, Bitcoin-Dominance will ich nicht. Ich will eigentlich den Binance-Chart. Ne, das ist Bybit. Wo habe ich Binance? Ah, hier. So, Binance-Chart gehen wir auf den Daily, weil nochmal zwecks RSI. Also wir haben hier immer noch die Bearish Divergence, darüber haben wir gesprochen. Wir haben jetzt aber immer noch diese Marke hier gehalten von den 29.900 US-Dollar. Und das ist immer noch so, ja, wir haben kein tieferes Tief. Die Range hält. Klar, Bearish Divergence, aber die Range hält. Deswegen, ich bleibe einfach noch dabei, okay, RSI müsste auf Daily-Sicht mal korrigieren. Ja, stimme ich zu. Aber weiß ich nicht. Ich glaube da immer noch dran, dass wir eher nochmal die letzten Push eben hochgehen und dann erst die Korrektur kommt, um wirklich hier jeden rauszurecken. Dafür sind die Daily-Closes einfach zu bullish. Der Support hält. Wir holen immer nur ein bisschen Liquidität darunter ab, jeweils auf beiden Seiten. Und im Endeffekt haben wir eine Seitwärtsphase. Wer möchte, könnte es auch Bullflex nennen. Aber wie gesagt, 32.400 US-Dollar sehe ich noch, bevor wir dann wirklich die Korrektur sehen könnten. Gut, ja, Plan ist dann, wie gesagt, ich warte hier noch auf das tiefere Tief noch einmal, um dann möglicherweise die Long-Position zu triggern. Und dann, wie gesagt, Abfahrt Richtung 32.400 US-Dollar. Gehen wir rüber zu Ethereum. Auch hier kam dann gestern doch schon das Breakout. Wir haben ja darüber gesprochen, einen Tag zuvor oder am gleichen Tag noch. Okay, die Zielmarke sind hier weiterhin 1.980. Wir haben es nicht erreicht. Es ging deutlich schneller nach unten. Wir haben die Zielbereiche erreicht. War auch kein Short-Wert gestern. Es ging alles dann viel zu schnell. Aber Ethereum hat halt deutlich, deutlich stärker verloren. Wenn wir uns das mal angucken, Ethereum ging in der Spitze 6% nach unten. Bitcoin hat es da einfach nicht so stark erwischt. Klar, es ging nach unten. Aber Ethereum deutlich, deutlich stärker. Auch hier, der Wig komischerweise, wurde auch nicht ganz gefüllt. Also ich mache das mal eher so als Zielzone. Diese zwei Wigs hier unten wurden nicht ganz gefüllt. Warte, ich muss es ein bisschen besser anlegen. Da ist immer noch sehr, sehr viel Liquidität drunter. Also auch hier würde es nochmal dafür sprechen. Bitcoin nochmal ein bisschen runter. Doppelter Boden bilden, genauso wie bei Ethereum. Und dann eben diesen Long-Impuls doch wieder nach oben. Mit möglicherweise diesem bearischen Retest des Rising Wedges derzeit. Ja, ansonsten gibt es eigentlich derzeit wenig zu sagen. Wenn wir bei Ethereum jetzt auch so ein bisschen so die Bitcoin-Seitwärtsphase sagen, dann haben wir ja auch so ungefähr das gleiche Chart-Pattern. Seitwärtsphase, keine wirkliche Bewegung in dieser Range beziehungsweise dieses Rising Broadening Wedge. Was ja grundsätzlich dann auch bearisch ist. Aber wir könnten nochmal diese Oberkante beim dritten Versuch nach oben hin nochmal antesten. 2020 bleibt einfach das Ziel. Bleibe ich jetzt erstmal dabei. Vorher werde ich einfach nicht short gehen. Gut, dann war es das schon wieder für das heutige Video. Später kommt noch das XRP-Update-Video um 12 Uhr. Wie immer auf Spotify und Apple. Unser Podcast, die neue Folge. Ich weiß gar nicht, welche Folge heute online kommt. Lasst euch einfach überraschen. Gerne reinziehen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Wir hören uns später wieder. Und ja, das war es von mir. Ich wünsche euch einen schönen Start in einem Freitag. Und bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay good.